so hallo leute herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde let's play secret of mana 2 der deutschen übersetzung von den g trans version 2.0 3 beta revision 10 12 oder 1000 12 je nachdem wie man möchte mit dabei ist der kebel und mit dabei ist auch die mary und wir bestaunen jetzt ich weiß nicht ob das vielleicht schon mal aussehen gezeigt haben so mittendrin so ein häppchen weißer neuer intro screen beziehungsweise besser gesagt neuer fond für den introscreen die man sich jetzt mal bestaunen kann der sieht rund aus ich finde er sieht besser aus finde ich als der andere den wir ganz am anfang gesehen haben auf jeden fall ja denke ich auch sag mal ruggelt es bei euch auch so oder ist das nur bei mir ja bei mir ruggelt es nicht ich bin ich bin nämlich hammer geil da haben sie auch bei dir geht es auch schon ja ja man hat jetzt hier auch alle buchstaben zwischen schon gesehen ich glaube das können wir auch das mal unterbrechen auf jeden fall darfst du jetzt hier niemand wundern weil wir wenn sie noch mal einen kurzen aufnahmes top reinhauen und dann an der stelle weitermachen wo wir das letzte mal aufgehört haben aus technischen schwierigkeiten ja genau das war nämlich das problem wir sind nämlich dann wir haben ja da lustig gekämpft haben dann den part unterbrochen dann haben wir alle haben wir dann weiter gespielt und haben dann festgestellt hier ist gerade irgendwas im argen weil wir wurden kaputt gehauen irgendwie sowas war dann immer los was auf jeden fall auch neu ist sind die level ab icons wir werden wahrscheinlich das eine oder andere mal in diesem spielverlauf jetzt noch level up icons sehen da werden wir hoffentlich noch mal dran denken euch das zu sagen liebe zuschauer hatte der alte von augen schatten dann der neue schatten das weiß ich gar nicht das wird uns der special der special man schon in sorgen sorgen so okay ich glaube das reicht jetzt tatsächlich hier also leute wir sehen uns gleich wieder bis gleich das muss ich jetzt gerade mal den leuten präsentieren so als kleinen outtake während wir hier kämpfen haben wir ein slowdown auch schade das war zu kurz auch vielleicht vielleicht kommt es ja noch mal vor geht's voll schnell kommen wir mal hier also es gibt es ja gerade jetzt kommen wir da ist ein slowdown und da haben wir echt cooler sounds und die die schmacht 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 kaputt kaput ja r r r r r r r r r ja wer macht denn da was der frau bestimmt nein ja die hat ja ja handy angeschaltet ist dass sie jetzt erst mal die neue update so wann kommt jetzt mein zauber und mir hat er den voll ignoriert kann das sein also irgendjemand hat jetzt ein torbomod ist ja angestellt oder los geht's also muss man aufklären und hier haben wir dann los so hallo leute da sind wir schon wieder zurück wir haben jetzt hier sind ungefähr da wo wir vor schon mal waren also bei der letzten wo da waren wir halt hier das war das letzte was ich gesehen habt hier ist das schwert dann ist dahinten bestimmt auch der blöde arschbitter den werde ich gleich mein tierisch einer reinkommen macht dann magie oder macht den macht immer irgendwie abwehren sind kaputt ich muss ich muss jetzt erst mal dancing star machen wie fährt das sie mit abgezogen und 400 nicht der doch so kann ja richtig mit 235 naja ich mache jetzt einmal luna magic also als nichts weil wenn da zuhaut dann sind wir alle ko so ok so hat der kraft runter jungen aber kraft und magie runterfallen der macht nämlich mal mit wasser probieren magie runtergemacht ok kann vielleicht rösen seine rüstung wenn ich die mit wasser bespritzt dann kommt es ja jeden richtig geil bespritze ich bespritze der scherz und loop alter das einfach geplatzt ja dann wollen wir jetzt richtig saures gegeben haben saures sonst gibt's aber die müssen wir uns mal merken weil die können uns uns nämlich auch ganz schön saures geben jetzt wirft ihr das schwert weg platz das einzustecken meister schien schien und hier special attack ich habe sie betraut nein er hat seine angriffskraft erhöht so eine dreck so krieg aufs maul ja genau aufs maul so weit wunderte ich nicht wenn wir jetzt zwischendurch mal ein paar slowdowns bekommen ja also richtige 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 server probleme sind es nicht aber master server probleme dadurch kommt sie ab und zu klein mal auf downloaden downloaden wie bitte oh ja ich kann ja ich sage der ritter da ist übel ja und ich mit meinem kleinen diebes gewandt linja gewandt wie auch immer bin ein ninja online ok passen wir auf folgenden plan ja wir machen jetzt alle tun jetzt brauche ich nicht brauche ich nicht da mache ich noch mal power bei mir ja mach ich mal power up und der macht schon wieder scheiße krasse scheiße mal feuer auf feuer auf chaos oder oder da muss jetzt aber erst mal so die hand wieder hoch halten ja mit der macht von grayskow war ich nicht hier zu feuer typ mit der macht von grayskow sagen es hat ihm gar nichts abbezogen aber wir sind die alle gleich ja als ob der ein element hat der bilder ok ok kibbel folgendermaßen du nehmen was anderes wenn du wirst jetzt einen honig auf irgendjemanden setzen zum beispiel auf mary oder dich selbst mach auf mary das ist hier nein doch doch ich bin jetzt nämlich dann nehme ich mal stark an nein du bist nicht da ich bin da und so ein special machen nein ok das wird ja erst mal wiederbeleben wiederbeleben ich bin nicht im screen ich kann mich nicht wieder beleben aber gibt es jetzt erst mal so zu sagen ja genau macht gleich special und dann gibt es gleich ein special hinterher genau und dann sind ich habe auf baby blöd so jetzt will ich nach rechts genau genau und belebst wieder so und jetzt gibt es nämlich das lebenswasser auf pick merkel kraus jetzt haben wir einen slowdown gehabt ja so ich bin wieder live und jetzt kannst du einsteigen ok jeder was das auch schon gemacht der ritter ist aus dem screen raus deswegen geil den habe ich tot gemacht dann haben wir den moment ja und jetzt sind wir auch die neuen level up icons übrigens die alten das sind übrigens die alten level abgleichen sind jetzt die alten da hat man doch das neue rum geschickt ich bin leicht irritiert das sind level up icons halt machen warum sind die alten da drin weil die toll sind wir nehmen jetzt erstmal noch mal die alten ist kein problem die neuen damen wir schon bald sehen so herr mönch wählen sie ihre level up ja ist indigenz ich würde echt glück nehmen ja ich bin irritiert er ist kein problem wir speichern ja dann noch mal alles cool alles gut ich hoffe doch dass wir irgendwann mal speichern und special ja das soll ich auch dringend mal weil nach dem boss weiter vor die krabbeln ja die das wäre schön wenn man dann mal speichern können so die ist irgendwas aufgegangen sie sie und fliegt du hast die kraft ja auf ins feuer leute auf ins feuer ziemlich kraft von hier kommen ja doch kommt zurück so schon doch aber ich hier ist nichts eigentlich war doch was bei den folgen oder johannes ist ja okay doch den hebel ja verdammte axt okay auf das schwert auf das schwelle kassel oder doch mary sie wissen was sie zu tun zauber sprechen zauber sprechen dadurch übeln zauber scheiße schwert an geht gleich rüber jetzt wir müssen ja auch ein tut mann okay sehr gut schwächen 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 was geht mary was auch noch an und schwächen zu junge krieg sind die augen so geht man zudem rüber ich komme mich um das schwert und zauber nebenbei noch ein bisschen 75 ab alter ist richtig krass sagst du ja da zieht er pro schlag hat er mir 75 abgezogen ach er dir ich dachte du ja er mir ist natürlich oberhammer geil ja es ist doch nicht gut gerade wo ich angekommen ja lieber weg als wie den typen lebend irgendwo stehen als wenn dann richtig falsch ich komme mir nicht voran ich würde gerne mal speichern ja ich würde auch liebend gerne solche aktionen machen wie zum beispiel ein speichermenü aufrufen und dann mal ganz clever drücken hier ist noch irgendwo ein gegner weil wir sind noch nicht besiegt er gesiegt gesiegt shing shang junge ja luna graf du bist doch hält meine fresse du bist kacke wurst schwert jetzt muss ich mich entscheiden und jetzt muss ich intelligenz geist und glück gehen sie gleich zu glück was muss ich machen soll man geist machen ich war mal geist bist man geist so das hat mir keine mp gebracht aber jetzt gibt es zwei wege wenn ich will werden ein aus speichern punkt da kommen wir gehen nach unten das macht nix ok jetzt gehen wir mal nach oben haben wir nichts zu verlieren hier hexenmeister teufels klar war da macht man feuer auf den hexenmeister den sein lagen ja genau das ist ein lagen ich weiß nicht versucht das schwert man auch nicht aufzuwecken sonst haben wir drei gegner ja was sollst kommt die grünen sieg du hast die krone wo die mannen ich müsste das zum magier ist gut also empfindlich sein gegen was ist normale physischer attacken eigentlich ja doch gegen schachmeister ok oder merke dass man gesagt sich ein du hast auch den stolz gegen mich aber die haben sollte mit mir ja dem sind nur mit dir warum nicht mal lange ich gehe mal hoch ich komme jetzt mal hilfe das pferd schwert scheint sich halt nur jetzt macht das schwert auch toll kann man sterben ach es hat sich jetzt heilt er sich gerade oder gibt es ja und er hat sich jetzt vollgeharzt nee das war doch hartzinger hartzinger schwert ach so ach so zu sagen erd schwert ja nee nicht hartzinger ist baum baum schwert wenn ich doch das war jetzt die pfeil frau wo man nicht genau wussten ist es jetzt was ich habe ich gemeint oder oder nicht hier gibt es eine sehr generische sparschepunkte auf einmal auftauchen ja weil wir das so offenheit in diesem spiel schon hatten um noch mal ein stückchen nach links gucken ok da ist nichts ich bin mir fast sicher es kann ja nicht sein nach dem bus so lang da kriegt das pferd vor den tagen aus haupt schnick schnack schnurre schnick schnack schnuck aber kenne ich eine schnick schnack schnurre keine ahnung ach ich glaube das war der gestiefelte kater das märchen als verfilmung also jetzt nicht hier vor der die die komische schreck verfilmung sondern ich will speichern wohl zu cool märchen verfilmung stell dir mal vor wir würden jetzt sterben wär doch geil oder hätte sich gelohnt ne das wäre richtig geil oh hier wie er gefurzt hat hast du gesehen ja aber es sieht ja wie geil aus das menne gibt's nix boah der mir voll in der reingehauen mit 65 eh der labbel und zum trottel der labben kriegt erstmal paar aufs mal ok jetzt haben wieder zwei ja jetzt gucken wir wieder ok da war mir etwas böser ja da war böse auf jeden fall und das ist eine mimik eindeutig ach scheiß drauf du bist viel kommst du mal hier items mal wieder mit dem kreis bilden ähm moment start start statt die gleiche rucksack nein da sind sie sich zu fein oh ja ok da gehe ich halt da noch mal rein ok rapid und jetzt steu ich dich nicht du hast nämlich gerade noch bewegt das war voll unnötig diese kiste statt speicherpunkt ich hätte mal lieber so eine schädestatuen machen müssen ok ohne mist er muss es hin ja ja riesengroß ach so ich bin schon drauf ja ist doch gar nichts was ich mitbekommen hat lmp kanter lp heißt jetzt ja anders ne kippel ein bisschen heilen und zwar london grace habt ihr das schon mitbekommen ihr zwei ach so ja das macht man ja machst du aktionen und dabei kämpfe ja geht los heilen doch nicht zu macht man so ein dämonen platt hat jemand weihwasser dabei ne dem auch mal erstmal zumal hier ein bisschen action auf jeden fall kann er auch gefährlich werden das sollte man ja aufpassen deswegen tue ich jetzt hier gerade aktionen verrückte zauberei machen wir sollten jetzt alle auf sich geht es erst mal aus dem dem mensch bereich du tust den mal du tust den mal wird verzaubert hat nämlich eine milch magie ich glaube mal gehe ich habe ja noch mal alles granaten ja du machen magie schwächen bei dem ok marie macht sie gerade ok 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 no problem weiter no problem kibbel ich gebe dir zur schokolade ok will ich gebe dir holen 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 und dann gebe ich mir selber eine schule ja macht das und ich klopfe jetzt mal rein sonst würde es ja hier nichts ja und du bist endlich man kämpfen ja dann mach doch mal der kleine anfang der heute ist gerade genommen der arsch was macht man ja nicht das hast du natürlich recht so dann werde ich dir jetzt mal richtig schön zum mächtigen blitz in den hintern jagen ja mit hohes kraft sehr gut das ist eine speicher eines hiebs station wie ich immer zu ganz sagen selbst ist genau beim 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 machen wir ja kein kursiegel wenn beim bigolo kibbel du hast ein mega special haut den eiermann zu haupten youtube da hier machen alle anderen special ich komme ich mache alle anderen special ich komme zu nichts ich komme hier um die spiel da muss doch jetzt tot sein und klar heilt er sich noch also echt eh also quatsch jetzt gewesen so magischer samen im lager verstaut wisst du da kann noch im lager verstaut wo wir die truhe steht so rum okay warte mal was ist neben rechts nein eine fucking truhe das war nur das feuer und deswegen müssen jetzt die gegner nicht mal besiegen dass endlich wenn wir jetzt noch links geht es bestimmt wieder so eine safe station endlich da kommt bestimmt gleich sind so ein trage wieder wenn ich sehe da wo der markier ist das quatsch da wo der typ hier ist es nicht weit so ein trage angriffskraft drauf ach so von dir selber okay ist klar sich ein nichts als auge er hat irgendwas liebe gemacht wie das heißt der satans wimper finde ich auch geil genommen pass auf ich mache jetzt hier auf das auge ja weil ich glaube der vampire ist gleich tot die margarine die polie ninja kicker was sind wir für ein disco das ist das licht man das ist das licht man das tut es worden das jetzt das war übel das war meine spezielle fähigkeit ja auf nach oben ist ja leute gefangen und das sind wir dann weiter im nächsten part alles gut bis dahin und schausen joh 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 joh